Erfindergeist hat hier Tradition. 1877 gründete Karl Andreas Neff mit sechs Gesellen eine Herde und Ofenfabrik. Heute ist er der traditions- und erfahrungsreichste Standort der BSH und mit über 1400 Mitarbeitern einer der wichtigsten Entwicklungs- und Fertigungsstandorte im Bereich kochen. Alles vom Einkauf bis zur Logistik ist an einem Standort, in Bretten. Hier fertigt und liefert das progressive Werk mehr als 1300 verschiedene Produktvarianten, darunter jährlich über 600.000 Herde überwiegend der Marke Neff und rund eine Million Hauben. An 21 Montagelinien werden Herde, Backöfen und Dunstabzugshauben zu fertigen Qualitätsprodukten gefertigt. Das Werk setzt dabei auf flexible und zahlsparende Automatisierung, wie der innovativen Backrohr-Schweißanlage oder der Backofen- und Flachwaren-Emaillierung. In nur drei Schritten wird das Rohteil zur glasartigen Emaill-Oberfläche. Bretten ist der einzige BSH-Standort in Europa, der Hauben produziert. Einzigartig ist auch das Kompetenzzentrum Ventilation. Die einst nutzenorientierten Dunstsauger haben sich zu echten Designobjekten entwickelt. Bretten hat sich auf ihre anspruchsvolle Produktion spezialisiert. Denn auch wenn Herde- und Dunstabzugshauben in der Küche oft eine Einheit bilden, sind sie in ihrer Fabrikation sehr unterschiedlich. Die BSH Bretten schafft perfekte Grundvoraussetzungen für Effektivität und Ergonomie und stellt bei allem die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter in den Vordergrund. Parallel arbeitet im Kompetenz- und Entwicklungszentrum ein hochmotiviertes Entwicklerteam ständig an technischen Innovationen und schreibt damit die Erfolgsgeschichte der Geräte made in Bretten fort. Jedes Bauteil durchläuft einen einzigartigen Entwicklungsprozess, damit sich der Kunde auf hochwertige Qualitätsprodukte verlassen kann. Daher verfügt die BSH am Standort über eigene Prüf- und Testlabore. In Dauerlaufprüfungen werden die Geräte getestet und auf Grundlage dieser Ergebnisse auf einen dauerhaften Einsatz optimiert. Im Geruchsprüfstand zum Beispiel wird mithilfe von Probanden die Filterfunktion der Dunstabzugshauben optimiert. Für beste Gar- und Backergebnisse werden die Geräte in der Anwendung getestet. Durch gründliche Vorarbeit und technologischen Vorsprung bestreitet der BSH-Standort Bretten den Weg in die Zukunft. Aber auch durch konsequente Ausbildung fördert der Standort die Mitarbeiter von morgen. Rund 50 Nachwuchskräfte absolvieren hier jährlich eine Ausbildung zum Elektroniker, Fertigungs- und Industriemechaniker oder machen ein duales Studium. Die Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital. Ihrem Engagement sind Produktions- und Qualitätsverbesserungen und viele Innovationen zu verdanken, die man heute fast in jeder Küche findet. Die BSH in Bretten – ein Traditionsstandort mit zukunftsweisender Innovationskraft.